Hallo, hier ist wieder im Milchbrand XY. Ich will heute weitermachen. Ich habe auch schon mal alleine weitergemacht, kurz. Ich wollte mal gucken, ob der Typix da ist. Ich komme an und der hat mich gefressen und meine Bude abgerissen. Da hat mein Kleiner mitgemacht, gestern noch. Mir hat er geholfen. Mal gucken, ob wir noch leben. Weil, wo wir gestern ausgelockt haben, da war ein kleiner Alpha-Kanu bei uns. Und zwei T-Rexe und zwei Reifenavatare. Mal gucken, ob wir noch leben. Und wir haben gestern so ein Kino gemacht. Das erste, was es damals gab. Wie hieß der? Das kleine Reitier. Ah, kein Dodo. Ich bin erstmal gespannt, ob wir noch leben. Ja, das sieht gut aus. Haben wir gestern noch gebaut. Aber wir sind mindestens noch... Ah, da. Wir sind gestern mindestens zehn, zwanzig Mal froh. Okay. Ja, ich hab den letzt mal da oben gebaut. Und da kam der D-Rex hin. So, den haben wir hier oben abgerissen. Da kann's noch nicht mehr. Aber egal. Da kann's noch nicht mehr. Aber egal. Da. So, was I am nicht ... ... ... ... Es ist in dercke. Sie können zu sparen. ... ... ... ... ... Achso, ich bin auf dem Level 23 geworden Ist das nicht schön Eisen haben wir auch schon Zwei Betten Haben wir benötigt Oh ne, ich bin lieber der Sperrmann Keine Schwester Nein Hatten wir später Klamotten gehabt, aber auch wie Anstrengungsverarbeitet Egal Egal Wollen wir kurz selber was machen In meiner Fälle Bin ich in der Hose Wenigstens eine Hose Na, mach mal rüber, sieht cool aus Ja Aber ich mag Sperrholt Gucken mal Hier drüben war dann der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Wir haben hier noch 1,000 1,000 noch nie, aber Der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Der war nie runtergekommen Der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Der Alfa-Kanu Schön Schön in der Alfa-Kanu Schön in der Alfa-Kanu Das ist der Alfa-Kanu Schilder Schön in der Alfa-Kanu Arf-Kanu Sean Tost ich habe mittlerweile das sieht so schön aus Und wir brauchen wieder Trotzbeeren. Ich bin der Kodi. Ich kann jetzt unmittelbarer Teile bauen. Es ist gut, dass mir gestern noch jemand helfen hat. Ansonsten wäre ich gestern voll am Arsch. Komm hier rüber. Wollte ich mich hier oben noch abdichten. Aber kein Leder mehr. Und dann waren die Alusaurer rüber. Und die sind hier. Die verlieren zwar schnell sich aus dem Schutzfeld. Aber weil die ja zu dritt sind. Ist es doch wieder ein bisschen anders. Gucken wir mal was hier los. Ach so. Voll sperrenbar. So. Machen wir erstmal die Sperre. So. 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 4 4 Leder mal oben in den Wald würde ich heute nie reinfallen, dann wäre es zu duster, dann wäre ich nie im Wald. Meine Angst ist schön. Oh mein Gott. Keine Fischer da? Unterfüßtisch, Gottes Willen. Ich würde noch etwas aufhauen. 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 Aber jetzt ist es ein Aufhauen. Ich würde noch etwas aufhauen. Es wäre mir nicht ein Aufhauen. Das wäre mir nicht ein Aufhauen. Aber jetzt ist es eigentlich ein Aufhauen. Nein. Ne, wundere, warum ich jetzt auf den letzten Platz lege. Deswegen sind blöden Schaufie schon. Das ist so ganz so wild, wenn sie das wegklauen. Uh, das klang nicht gut. Wieso wollte ich denn hierher? Ach, das ist so. Ich hab so viele Leder gemacht. Das ist Level, aber sie werden ewig rumhaken von hier. Ja, das ist nicht so. Mal. 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 Nein! Nein! Ich fühle mich das an mich viel. Hier und noch, hier und noch, hier und noch, hier und noch. Ich will mich von hier umdrehen. Schau mal, was nach hinten. Ja, jetzt sind wir noch mal raus. Das ist doch was. Bäh! Spinner. Flägen kommen nicht hier. Ich bin jetzt hier. Drei. Jetzt vergessen wir ihn. Na, ey. Na? Bringt ganz schöne Filena für die Kleine. Wie ist das? Äh. So viel Färminar. Äh. Na gut, die Bern haben schon. Hm. Ja, der ist einfach. Ich hab auch keine Blumen zum Füttern. Ich muss schon wieder eine Sperre bauen. Was ist denn heute los? Ich glaube hier wär besser gewesen. Aber hier kommen wir hier. Freiburg mal hin. So. Werche bauen. Drei. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.